Hulk, der kommt sofort, keine Ahnung was. Okay, wenn er gut ist halt, ja. Oder Fox scheint dich einfach auf Stage dann. Oh ja. Okay. Witziger Tag. Auf welchen Spieler konzentrierst du dich gerade? Auf Bert. Ich eigentlich auch, ja. Aber... Offensichtlich... War das die falsche Entscheidung. Ja, so es zahlt mich wirklich unglaublich gut. Hab man vorhin schon gemerkt. Er macht immer die richtigen Entscheidungen. Oder halt, ja so dafür, dass er eigentlich spielt. Da ja. Da! Schon wieder so. Der Grab kam so schnell raus. Da hat er wirklich gut reagiert, ja. Vier. Haha. Wer hat das der Linke? Bert. Oh man, das ist so warm. Er hat es zu dich aus. Wer macht gerade die Aufforderung an Sorek? Er soll ich da bitte ausziehen? Er möchte mehr Haut sehen. Ich glaub jemand geht fremd 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 Wow und Saal ist immer noch stark am Lied Der Stock müsste eigentlich weg sein Schön Ja Was? Ich weiß nicht, du kannst da Okay Ich wollte schon sagen Okay Oh Er ist doch immer noch Ja Ich glaub er ist nicht gezogen worden Oh und er kriegt jetzt in dem Da hat er es umgedreht Der Stock war ja schon vor 1 Minute fertig gewesen Gute Rolle, Tech-Roller nach rechts Oh schön 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 Er hätte halt noch mit der Upt noch ein bisschen fechern können Auf jeden Fall Also Bärz Oh, guter Grab Ah, der war Ach, vielleicht doch nicht Hier scheint Bärz Braut sich nicht so wirklich Herz zu hocken Der letzte war? Ja Oh, schön an sich gekommen Ich weiß nicht Wenn Schick auf die Stage kommt Sollte man wirklich scheinen? Hat der gescheint? Ja Nein, sagt er aber nicht Was denn so? Ja, also ab vor ab Er funktioniert der? Ja, ist ja wohl schon besser Oder halt Du kannst dann hier vorbeilaufen Nach dem Bronzeisch machen Ja Und zurück auf der Schalt Ja Ja Also sie könnte aus der Abwehr raus Ist die eine aber das ist dann schwierig Das wäre schön gewesen Oder interessant Oh, er wächst jetzt nochmal Sehen wir jetzt FD Wahrscheinlich Wenn Bärz nicht gewandert Ich schau dich Okay, Bärz Anscheinend Ja, vielleicht hat Bärz FD gebannt Vielleicht war es halt nicht ganz mit der Reihenfolge Als Graut Vielleicht auch Oh, sehr schön Oh, sehr schön Der Linke Ja, ne Ja, ne Meins zu Fox Achso, okay Weiß ich jetzt nicht In der Militär Szene kenn ich mich eh eh schlecht aus Ich hab gar nicht mehr gemerkt wie es Äh Saul Sein Stock verloren hat Oh Schön Okay Der nächste Stock Hey Schön abgewartet Schön abgewartet Haha Haha Das muss man sehen Das muss man sehen 15 Sekunden WTF Oh mein Gott SD Wirklich ey Schön Ah Schön Es hätte ein Gift gehen können Ah Soll ich bitte näher da rein Es hätte Er wartet schön ab Um dann die APR treffen zu lassen Dann müsste eher Saul auf die Rechte oder Linke Seite Äh Techen Oh, sehr schöner Follower Wirklich Nichts Ist gut Ah Das müsste eigentlich ein Gym sein Aber Er holt's raus Da fehlte der Tess Was ist das denn für ne Down Downswick Das hätte eigentlich ein Kill sein können Ja Ja